Hey, ich stehe hier vor den Caprican Caves, das ist ein Höhlengebilde, verknüpft mit einem Campingplatz, wo man sich Häuser mieten kann. Die Höhle ist ziemlich groß, ist beleuchtet, man kann da drin eine Hochzeit feiern. Also mir hat es richtig gut gefallen, ich kann es euch nur weiterempfehlen. Der Tourguide, der erzählt eine Menge zu der Geschichte, wie alt das Ganze ist, was für ein Gestein, wie das Ganze entstanden ist. Ich fand es super interessant und ich kann es euch nur weiterempfehlen. Verbringt hier eine Nacht, der Campingplatz ist vielleicht 200 Meter entfernt, also es gehört wirklich dazu und es ist die einzige Höhle, die in Privatbesitz ist. Also guckt euch das Ganze an, mir hat es gefallen, kommt ihr hin. Looks gleich schön! Geht hier vor rein! Untertitelung des ZDF, 2020